noch und amorten um anders nicht ausmachen das was am rechten Karten wer ist einfach ein Plan drücken oder weiter Prozent die 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 endlich gehen um aus ich glaube du musst mir ein Stück vorfahren weil ich habe ein Problem das Licht schicken wir uns das war gerade herkommt Bero wie gut dass die Decke ja auch nicht zu niedrig dafür ist sehr gut kalkuliert hallo bing und zusammenklau okay dankeschön bitteschön miau bing mark dein kollege rei eilt zur eckung eigentlich zur rettung das ist doch aus war doch gerade aus ja jetzt müssen wir noch die Türen wieder zu machen ja bei mir flackert das Licht dann ist es aus und flackert das bei mir mit zack klappe zu nein 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 zack klappe zu ach du das Licht mal an ja das Licht ist jetzt jetzt hast du es gerade angemacht ne hä ok ok was was ist was ist mit jetzt wacker bei mir ja bei mir auch ganz komisch ganz komisch jetzt bei mir ist ein Licht an ja bei mir flackert es versucht auszumachen die Straßenmeisterei hat gerade ein bisschen Probleme mit ihrer Lichtanlagen ja ne hier hier muss sein an dieser Seite nicht aus ist nix guck mal jetzt geht bei ihm auch die dauernd die Tür auf und zu hier ja aber bei mir ist jetzt Licht aus ist das Licht aus es ist bei mir nicht aus Glaub, die Mod hat noch einen leichten Bug. Ich glaub auch, ich glaub, das Ding kannst du verkaufen. Ey! Ey, das ist jetzt voll die Türken-Disco. Die ganze Zeit! Ey, stell das unter ne Mülltonne und das passt. Ja, warte, ich geh's verkaufen. Nein, wir haben hier ne Mülltonne irgendwo stehen. Irgendwann wird auch ne Mülltonne stehen. Wofür? Wofür gibt's. Dix, das ist dein neuer Transporter. Mhm. Bitte. Dankeschön. Niauuu. Ich will noch einen cooleren. Mod nach Marken. Traktoren. Ich bin jetzt ein ganz cooler. Warte mal ab. Wo kann man denn hier einkaufen? Wo kann man denn so die Mods-Sachen einkaufen gehen? Ähm, wenn du in den Shop gehst und dann oben die Oberstabrik nach Mods nach Gerätentypen schaltest. Ich muss noch mal gucken. So gucken. Ah, da muss ich da hin. Und go! Nooo! Auf geht's los! darf ich noch wegnehmen? Ja. Aber ich komm mal in den Shop. Ich? Ich kann mich mal besuchen. Ja, muss man einkaufen. Alles klar, ein Bullenauto. Oh, diesen Hänger hasse ich. Oh, bei mir rufelt es aber gerade gar nicht schön. Warum? Ah, es ist nicht. Warum bist du denn hier so schnell hingekommen? Durch Zauberei. Okay. Moment mal. Das nervt er überhaupt nicht, ne? Finde ich wieder übelst lustig, das Ding. Ah, hier muss ich jetzt wieder selber den Motor starten, ja? Beim Notarzt. Ey, ich krieg noch nicht mal Geld für das Scheiß-Ding da. Für welches Scheiß-Ding? Was ich gerade verkauft hab. Das hat ja auch nur einen Euro gekostet. Was willst du denn da noch für ein Geld haben? Pflanzen ansehen. Kann mir halt mal Geld leihen. Bestimmt auch. Guck mal, hier. Achtung, Stau. Geil. Jo. Ja, Telefon-Terror. Ja, Telefon-Terror. Was war denn das jetzt hier? Ja, Polizei-Natsen. Wo ist er hin? Alles klar. Ja. Ist das geil, ey. Ey, Stau. Ja. Wart du? Nein. 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 Einmal. Dann kann ich nicht sein hier hin. Ich hab' den hier hin. Ich hab' die ganze Zeit hier hin. Und ich hab' den hier hin. Boing. Ich hab' den hier hin, ja. Ich hab' den hier hin. beim Händler der Hochdruckhainiger steht auch nochmal beim Händler Polizei bleibt sie stehen sind verhaftet Aaaaaah ok jetzt reicht's Mark ja ich glaub wir haben ein Problem ja ihr kriegst mich nicht ich glaub ich hab dich warte kann ich mich in den Blitzen rausbacken du kommst aber auch nicht weg oder? ich komm hier weg ohne Problem dr ... ... … um oder die Türen zu machen er war so ein zu steigen geht ja nicht es wäre geil wenn das gehen würde hier hinten ist ein Ersatzrad drin da kommt da kann man einsteigen nicht so weit aus abonnen dort war Prozent aber noch mal ich kann fliegen ich habe die Flügeltüren auf und abonnen also ich glaube ich ja auch nicht machen wir es auch nicht auch für so jetzt müssen wir gucken wie man die Schrift und Türen wieder zu machen ich mach dir ein Feld, wenn ich glaube ich ich mach dir ein Feld, wenn ich glaube ich Alter 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 ja? AHHHHH und hier rein bitte und hier rein bitte Alter wenn man über den Bordstein fährt, dann dreht sich das Ding ja schon im Kreis Jetzt müssen wir nur noch eine Polizeistation und sowas einrichten, wa? Ja so wo stehe ich die Karre denn hin am besten ich lasse nur jetzt na hier ein Stadding da Stadtreinigung? ja, glaub schon so rangee Ding noch ja fahrt das gerade so guckt der hier gut aus also also der die alte Karre von meinem Chef hat aber mehr Power gehabt he weil der hatte auch einen T5 Bus und damit hat er es so locker 200 gefahren, aber in diesem kann es zumindest 60 fahren und ich wüsste nicht, dass mein Chef die Tuning Version hatte weil es die überhaupt gibt weil es die überhaupt gibt ähm warten wir jetzt jetzt hier vorne nicht mehr auf noch da und ja da brauche ich wieder mein Töpter so jetzt kann ich auch schon deutsches Wort was ja so schön oh wie ist das schön oh wie ist das schön so was haben wir lange nicht gesehen so schön so schön was baue ich dir jetzt von Ding um das Feld dahinten wieder auch nicht zu machen wo ich es steppel ein Grüber ein Grüber die sind was man für die Tür wieder zumal das sieht scheiß aus dafür brauch ich dir Kraft ab die Rügel ey Pixel guck mal da rein das bisschen unrealistisch ne da sind welche von der Bundeswehr drin da sind hier wo ich jetzt schon noch mal da bin das